Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr bei eurem Renault Zoe die Standheizung bzw. Standkühlung aktivieren könnt, dass ihr die sowohl vom Auto aus als auch von eurem Smartphone aus steuern könnt. Viel Spaß mit dem Video. Let's go! Als erstes geht ihr dazu bei eurem Hauptbildschirm unten rechts auf das Zahnrad. Wir gehen dann hier im Bereich Fahrzeug auf EV-Programmierung, im Bereich Klimaanlage auf Programm und hier gehen wir dann auf Programm bearbeiten und hier könnt ihr jetzt ganz oben die Temperatur einstellen. Eben im Sommer, wenn es extrem warm ist, kühlt es automatisch runter, die Klimaanlage und im Winter, wenn es kalt ist, heizt es eben dann auf die 21 Grad hoch, die hier eingestellt sind. Das könnt ihr dann hier über Plus und Minus einstellen und könnt es höher oder tiefer stellen. Hier könnt ihr dann den passenden Wochentag einstellen und die Uhrzeit. Wir gehen hier auch mal direkt drauf, dass ihr das sehen könnt. Und hier könnt ihr die Wochentage und die Uhrzeit separat anwählen. Dann das Ganze speichern. Wenn ihr das dann hier oben aktiviert, zack, auf On geht, das ist dann alles, was ihr erstmal machen müsst. Und wenn ihr soweit seid und da mal so ein Programm hinterlegt habt, dann könnt ihr das Ganze auch am Handy bearbeiten. Es ist auf jeden Fall extrem wichtig, dass ihr erst so ein Programm einrichtet und aktiviert, wie ich es euch eben gezeigt habe, weil davor könnt ihr das nicht über die App steuern. Und wenn ihr das einmal gemacht habt, dann könnt ihr das auch über die App aktivieren und verändern. Dann müsst ihr als nächstes im Store eben die Mein-Renault-App runterladen. Und hier unten seht ihr jetzt den Bereich Klimatisierung. Wenn ihr das Programm eben nicht im Auto aktiviert habt, dann gibt es hier eine Fehlermeldung und das Ganze funktioniert nicht. Wenn ihr das jetzt eingerichtet habt, könnt ihr dann einfach auf die Klimatisierung drauf gehen. Und hier könnt ihr jetzt auch die ganzen Programme, die ihr auch im Auto einsehen könnt, hier einzeln anklicken und bearbeiten. Und das Ganze natürlich auch über Speichern bestätigen. Wenn ihr die Klimatisierung außerhalb von dem Zeitplan eben aktivieren wollt, könnt ihr das jetzt auch machen über die App. Und zwar unter dem Batteriestand ist nochmal so ein Button Klimatisierung. Und da könnt ihr auch einfach draufklicken, wenn ihr eben die Klimatisierung so aktivieren wollt. Einfach kurz einen Klick drauf. Und dann seht ihr schon, ist hier so eine Ladeanimation. Dann dauert das einen kurzen Moment, bis das Smartphone sich eben mit dem Auto connectet. Und zack, das Ganze hat funktioniert. Ihr seht da oben auch eine Meldung direkt auf dem Smartphone. Und jetzt ladet das eben. Jetzt steht hier laden. Dann ist hier kurz so eine Ladeanimation. Und wenn das Ganze funktioniert hat, kriegt ihr hier nochmal eine Meldung. Klimatisierung in Vorbereitung. Und dann fängt das Auto auch aktiv an, die Klimatisierung hochzuheizen oder runterzukühlen. Je nachdem, wie es ihr eingestellt habt. Und sobald ihr das Auto dann startet, geht die Klimatisierung automatisch wieder aus. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Wenn ja, lass gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.